Musik Sind Sie hier jetzt der Vorreiter auf dem Markt oder haben Sie große Konkurrenz? Nachdem wir aus dem Bereich Forschung und Entwicklung kommen, ist das, was Sie hier sehen, ein ganz neues Produkt, eine ganz neue Dienstleistung. Und so gesehen ist es jetzt das erste Mal, dass man sowas auf dem Markt auch bekommen kann.